Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück hier bei Charles. Ja, die arme Gurke. Ich brauche ein Gurkenglas. Okay, alles klar. Gurke und Gurke. Brauch mal einen Schlüssel. Gibst du mir den Schlüssel? Sonst kannst du keine Gurke kriegen. Okay, wir fahren weiter. Tschüss. Bis später, deine Gurke. Alles klar. Frage, wo fahren wir denn jetzt hin? Okay, so. Dann gucken wir jetzt erstmal. So, wir waren da. Hier oben haben wir auch noch was. Da auch. Vielleicht eigentlich war ich später runter, oder? Ja, wir fahren das mal auf. Wir fahren erstmal los. Guck mal, Leute. Blechdose hat ein Blech gelassen. Äh, ne, nicht Blech gelassen. So, wo fährt hier hin? Sieht man nicht. Und da runter. Ein Stück zurück. Mal aussteigen, bitte. Wir wollen erstmal da hin. Ja, es bleibt bloß von uns. Oh. Oh. Das hab ich Lilla. So, wir machen noch ein bisschen Tempo. Ein bisschen Schaden. So. So. Sieht nicht aus. Ah, ja. Sieht nicht aus. Gefleckten Blut. Okay. Okay, gehen wir weiter aufs Suche hier, ne? Oh, was haben wir hier Schönes? Oh. Wer lebt denn hier? Nein. Schrott lebt hier. Okay. Könnte es hier eigentlich viel Schrott gehen. Kann man hier irgendwie auch rein? Ah, ja. Warte mal hier. Können wir gut gebrauchen, ne? Schaut mal hier. Schrott. Nix. Ist jetzt unten irgendwas? Alles ist nicht so gut gerade. Oh, gut, das ist ein Sinn. Lass mal gucken. Ups. Aber was Spezielles gibt es hier. Ah. Und hier. Schrott. Schrott nehmen wir gerne mit. Irgendwas. Äh, hier ist auch nix. Oh, was haben wir denn hier? So eine Karte. Okay. Gucken wir uns gleich an. So. Ah, hier steht jemand. Können wir hier irgendwie rein? Hier ist noch mehr Schrott. Können wir nicht irgendwie reinzukommen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die anderen haben eigentlich jemanden zu kommen, um uns zu helfen. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Aber ich kann nicht mehr bleiben. Diese Islein ist zu viel für meine Nerven zu halten. Ich bringe alle meine Beziehungen hier, so ich kann sofort wegziehen, wenn ein Boot kommt. Ich soll ein Tagebuch holen, okay. Ja, dann gehen wir ein Tagebuch suchen. Also, gar kein Problem, ich hole dein Tagebuch. Jetzt könnte ich hier noch ein bisschen nass werden. Und da wächst. Okay, dann gehen wir mal mit deinem Tagebuch holen. Soll denn das sein? Da oben. Hier liegt ja auf meinem Weg, also. Dann ist das ja kein Problem. Gehen wir ein Tagebuch holen. Oh, den Schrott habe ich gar nicht gesehen. Okay. Gucken wir mal, ob auch das Chagi uns in Ruhe lässt. So, wir haben auch eine neue Farbe. Wollten wir uns das mal angucken hier. Wie sieht der denn aus? Ah, nice. So, wir wollen da oben. Da ist auch mal eine neue Mission. Dann kein Problem. Das wird auch genau richtig. Also, verdächtig sehr ruhig. Oh, wo sind wir denn hier? Okay, das Tagebuch muss noch ein Stückchen weiter. Aber, wir gucken uns hier auf den Raum. Oh, wir gucken uns mal ein bisschen Schrott. Wir haben auch Schrott. So, da. Okay. Schrott-Time hier. Oh, hallo. Hey, du bist der Monsterhunter. Ich muss wissen, hast du keine Erfahrung mit Geistern? Geister? Nee, hab ich nicht. Naja, hab ich nicht. Das ist da. Der ist da. Okay. Ich gehe erst mal Tagebuch rund, wo wir die Geister da machen. Oder? Soll ich die Geister erst machen? Weiß nicht. Liegt ja wirklich hier auf dem Weg, ne? Acht Seiten. Oh, schwirren wir jetzt hier ein rundes Ländermänner oder was? Okay. Dann suchen wir mal die acht Seiten. Lauf, 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 lauf. Laufen wir, laufen wir. Wir laufen. Drei Stück haben wir ja schon. Hier oben noch was. Hier ist nix. Nur ein bisschen Schrott. Da haben wir vier Stück haben wir. Oh. Wir sind nicht weit entfernt. Okay, der teleportiert uns noch weg. Und drei Stück fehlen uns noch. Okay, da fehlen uns noch zwei. Könnte das sein. So, ich bin raus hier. Mal weglaufen. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Okay. Diese Augen. Was? Oh, wir müssen wieder hier rein. Mit den üblichen Seiten finden. Zwei Stück. Was ist das? Okay. Hier ist auch nichts. Ah, da ist einer Weg, okay Weg ein Geist Oh, nur eine Seite Okay, wo sind wir? Wir sind wieder da vorne Aua, 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 aua Autsch grip ich Schrott verloren ach du scheiße da war der zugs lokomotiv ne ne und er hat mich so komisch angegrinst stehe ich denn jetzt hier ok ich muss wieder da hoch latschen ich habe noch schrott verloren das gibt es nicht drei stück ich hoffe dass ich nicht wieder neu suchen muss eine seite fehlt uns so ich wollte von oben gucken werden könnte Nein 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 haya in Ruhe in Ruhe Da muss der nie eine Seite Mist, 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 lauf doch schneller! Wimma muss doch die letzte Seite sein und frage wo Ich kreisch nun sicher einen ab Wo ist jetzt die letzte Seite? Yes, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Wo sind wir? Wir haben es geschafft, wir haben die letzte Seite gefunden und das ist sehr gut Auch nicht überhaupt richtig Schätze mal Wir werden uns mal beeilen, wo Charlie Brown wieder kommt Hier Hallo Oh, danke Abgeschlossen Das ist dann aus Weg Alles klar Kann man ganz in Ruhe Tagebuchruhen gehen Und mal einen Schrott ausgeben 63 So 5 5 5 5 Ja Perfekt Dann haben wir alles auf 5 Haben wir noch hier zum reparieren Und wir gehen Tagebuch an So Wow Das war einmal sehr schnell Und Und Das Tagebuch Muss hier oben sein Und das Tagebuch muss hier oben sein Auch abgeschlossen Sehr schön Auch abgeschlossen Sehr schön Und Links rum Ab Schrott Da oben haben wir auch Schrott Oder 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 Wo steht jetzt mein Zug Wo steht jetzt mein Zug Da steht ja mein Zug Da steht ja mein Zug Oh, einmal rein bitte und einmal zurückfahren, wir müssen jetzt hier runter. Ok, das Tagebuch haben wir ja gut. Ok, ich muss noch ein bisschen so sagen. Oh, ein klein wenig. Da haben wir. So, dann gehen wir mal da runter. Können wir da auch einfach hier runter gehen, ja. Hier auch? Ok, hier ist keine Umwege laufen. Mario, wir haben dein Tagebuch. Danke für deinen Schrott. So, haben wir abgeschlossen, ja. So, dann können wir ja. Was ist das jetzt? Drücken. Mission. Was ist das denn dann? Das gelbe? Optimale Mission. Mission. Ich bin da, ne. Okay, da würde ich sagen, machen wir es für gelben, ne. Fangen wir jetzt noch ein Stück zurück. Da kommt man nicht dran. Da kommt man nicht dran. Okay, machen wir jetzt noch ein Stück zurück. Ein bisschen hoch. Ja. Ja. So. Ein Stück zurück paaren. Okay, dann können wir einmal umdrehen. Oh, ich sehe gerade. Folge ist schon wieder vorbei. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.